Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit den drei Profilen Klaus, Peter und Emma und ich setze das Spiel fort mit dem Profil Emma. Emma ist ja eine Schwarzerin, die hat bereits zwei Garage in der Schweiz und die arbeitet jetzt an ihrer vierten Filiale in Finnland. Diesen Zweck hat sie also gestern eine Garage in Finnland schon mal gekauft, in Helsinki und jetzt fehlt aber und sie hat auch sie selber ihren Standort versetzt. Da haben wir die Garage Manager und wir sehen also der Helsinki ganz oben, hat sie noch eine kleine Garage und das heißt in Bern muss jetzt, in Zürich muss jetzt ein neuer Mann reingestellt werden und mit einem neuen LKW und dazu fehlen da 120.000 und Emma hat jetzt ihren Sitz schon mal verlegt, den Stammsitz, sie ist dort ohne LKW, also es fehlen mindestens zwei LKWs, da müssen dann auch noch zwei hin. Also Geld fehlt hinten und vorne, Kreditrahmen ist wieder ausgeschöpft. Wollen wir mal einschauen, wie der Kreditrahmen aussieht. Da haben wir also den Kreditrahmen bei einer Millionen, Kontostand 58.000 und dann, also das heißt, wir müssen auf 23.000 aufgebracht werden für die nächste Tour, für die nächste Kontozahlung, und werden zwar auch jeder Ausbezahlung, aber trotzdem. Also für den neuen LKW fehlen uns auf 40.000 und dann kommt noch die Zahlung darunter. Also Arbeiten, 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 das heißt ein Aufstieg muss her, ein Aufstieg für immer. Da lacht sie nach Zukunft, 11.000, sehr gut, jetzt muss ich auch was Langes haben. Da lacht sie bitte. Da lacht sie an. Und so wollen wir es dann dann sich von der Streckenlänge her. Da hättet ihr dann aber nur, nur ähm, da haben wir ein Foto-Video. Die macht nicht genau das, was sie machen soll. Da hättet ihr dann nicht die Zeit. Da haben wir eine lange Zeit hier von den Gruppigen der IP, ja. Und was haben wir da? Da hättet ihr dann nur die eigene Fahrzeit, nicht die Gesamtzeit. Zeit bis im Ablauf? Ja. Ich möchte nicht gerne, das war meine Kinder. An 12 Tage öffnen. Da war es so, dass wir eigentlich der Preis. Da war mir dann ein Kuppi. Ja, da war alles für meine Kuppi. Da haben wir was denn. Dann fangen wir dann an die Taunen. Es ist dann die Taunen. Es ist dann die Taunen. Es ist dann. Dann ist der Müll war so. Dann nehmen wir so die Räume hier. Jetzt habe ich hier noch meine Jacht. Das ist dann die Taunen. 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 Genau, ach, da unten. Also, auf geht es. Auf geht es. Nach Stockholm. Wir sind wieder jetzt hier bei Creipida und ich muss jetzt irgendwo raus. Da muss ich also gehen, Lichtern machen, machen, nochmal Lichtern. Fertig zum losfahren. Dann müssen wir die wieder rein, die müssen wir wieder einschalten. Dann müssen wir hier das machen. Also, jetzt können wir losfahren. Also, wir sind eine lange Tour. Ich glaube, 8.50 Uhr konnte. Wir fahren also jetzt hier in der Tandos. Ich muss also durch die Häschen durch. Ich muss dann Häschen mal bitte. Was sagt Helga? Was sagt Helga? Hallo Helga. Ich habe einen Kommentar heute von dir. Ja, die sind wieder alle durcheinander hier. Ich muss also hier jetzt mal den Kopf vielleicht filmen. Okay. So. Mach's dann nicht. Ja. Das habe ich nur schon mal gemacht wie vorher. Schon mal. Ich wollte es eigentlich nur raus haben. So. Okay. Das ist so gut. Undbualie, wie nicht jetzt hier. Ich würde es über hier nicht gehen. Ich würde es hier nicht kommen. Ich möchte hier. Ja, ich denke, hey have. Es muss schauen wir auf. Was macht Helga. 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 Ich kann das nicht mehr alles besser. Ich habe keine, keine Abbiege, Mutter, das sind wir, also, ich muss vielleicht mal Perspektive ändern, dann fangen wir, ich wollte ja genau, dann fangen wir nach rechts ab, also, wir sind hier wieder in Litauen, in Litauen, in Litauen, jetzt muss ich da bis durch Litauen durchfahren und so weiter, ist nicht gerade mein übriges Gegend hier, aber was soll man machen, man kann sich das denn nicht aussuchen, doch, ich könnte mir die Fahrt aussuchen, aber... Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ok, machen wir das mal. Was sind das, die steilsten Wege oder... Biege nach rechts ab. Ja. Biege nach links ab. Hubbard was, w HUD war. Wo wir nach links ab. Auf mich haben wir mal. Wie war das Wachstum? Ich habe das wichtigstum. Ja. Ja, also ich fahr lieber in Schweden, als in den Kreisverkehr zweiter Ausfahrt nehmen. In den Kreisverkehr brauchen wir nicht rein, hier fahren wir jetzt rein. Ja, sehr großzügig hier. Ja, ich muss jetzt erstmal zur Fähre und dann nach Schweden überzusetzen. Das dauert schon wieder seine Zeit und in der Zeit arbeitet man in Deutschland. Rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen. Früher haben wir den Ereißig, nur 29. Nehmen wir mal den Weg an. Hat zwar nicht zu lange gedauert, aber ja. Also der EMA hat natürlich schon anstrengend, der fahren wir jetzt gemacht. Er wollte noch alles geben. Das erste. Das ist die zweite. Das ist die dritte. Nimm diese Ausfahrt. Okay. Achtung. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbedingungen. Sie sehen schon, ich fahr auf die Autobahn hoch, da fängt die Schule an zu meckern. Bitte links halten. Okay. Es heißt, dass Sand liegt. Wenn ich hier ein Ex-Sand sitze, dann liegt da und die Lände gefallen mir nicht. Die Technologie anders. Die Spuren scheinen schmaler zu sein. Der Sand ist jungler. Aus Finnland. Zwar heller wie die Schweiz, aber trotzdem. Und dann wieder Nacht warten. Ich musste das immer, weil das Geld bringt noch zu sein, dass ich lange Zeit unterwegs bin. Dann hätte man dort arbeiten können. Um auf diese Weise vielleicht ein bisschen Geld herzufahren. Immer braucht jetzt Geld für EKW. Und ja. Ich möchte eigentlich nur noch kurz was machen. Was ich ja bisher auch schon. Da kommt hier dran. Ich habe 100 oder was. Da ist das in 100 von DDR. Ich habe zwei gute DDR. Da müssen wir schon mal über 65,000. Gut. 56,000. Bitte links halten. Ich komme gleich dran zu uns davon ab. Ja. Also die Unternehmensentwicklung von Emma geht weiter. Emma hat er zu daher geheißen. Ebenern. zwischen ben achten sie auf die geschwindigkeits begrenzen hier achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung demnächst rechts abbiegen meine polizei in der biege nach rechts ab achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung ja ich bin wieder unentspannt unentspannt könnte man sagen immer geradeaus rechts halten und dann rechts abbiegen biege nach rechts ab biege nach rechts abbiegen biege nach rechts abbiegen nachts kann ich waren nicht zu sehen aber die geschwindigkeitsbegrenzung einhalten was haben wir hier rechts abbiegen achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung biege nach rechts abbiegen links halten und dann links abbiegen biege nach links ab biege nach rechts abbiegen jetzt kommt was zu sehen hier bei den scherzen schlecht beleuchtet aber der macht einfach keinen spaß biege nach rechts abbiegen ich weiß nicht aber ich fühle mich schon wohl hier denn dann und dann und dann durch die ganze zeit bekomme ich ja dauernd unsere landfahrten obwohl ich jetzt nur 200,300 km m hinterfahre oder 600 nervt mich das mit der Landstraße doch schon mit der Landstraße Und der Lichter ist dann da an dem Lenkrad, ich werde schon wieder müde, aber gerade es mich hier hinter der Steuer gesetzt, nach der Landarbeit und schon wieder, wenn ich anzugehen, immer bei der Landstraße. Wann komme ich endlich in Schweden an? Hm, der 105 Kilometer habe ich noch, wie lange ist der siebig? Keine Ahnung. Ah. Keine Ahnung. Mit Teller, 2 und 55, 3 Uhr, mit Teller und 3 Uhr. Okay. Und wenn ich mal nicht gucke, dann kommt der langgerauscht. Das kennen wir schon, von dem fiesen Simulator. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Immer geradeaus. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wo ist es hier weiter? Häuser, Wohngebiet. Die Tee sind dann über die Landwirtschaft, Landstraße, Wohngebiet. Ohne Schildern. Ich sage, das gefällt mir nicht, da fahr ich nicht gerne. Ich habe zwar mal eine Filiale in der Liga gehabt, aber in der Liga bin ich gefahren. Und jetzt mit einer Hand. Ach, wie kommt die mir nicht? Immer geradeaus. Die sagen ja, wenn es bliss ist oder ähnlich, gebe ich dir auf. Ja, wenn es bliss. Immer geradeaus. Ich muss ja gleich hinfallen. Ich muss ja nicht hinfallen. Ich muss ja nicht hinfallen. Ich muss ja nicht hinfallen. Links halten und dann links abbiegen. Ich brauche eine gute Zeit hier. Ich brauche eine gute Zeit. Ich brauche eine gute Strecke. Ich brauche eine gute Strecke. Ich brauche eine gute Strecke. Ah, da komm her. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wie geht es jetzt hier durch die Pferde, die noch nicht. Das ist ja vorhin. Ah, ich komme rein. Okay. Hier, wo ich jetzt hier kann, hier. Wie geht es sich ab da an, kommen wir jetzt auf die Fäder auf oder da vorne um die Ecke, die erste, die zweite und da geht die Fäder hoch, wunderbar, wir bauen das ab, gut, das heißt wir haben 45.000, 55.000 auf dem Konto, wir haben da 3.36 und wir bauen jetzt für die Fäder mit 4.000, das sind schon 8.000. Es ist 11 Uhr, dann kommen wir gleich die Zinsen an. Gut, 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 gut. Okay, 12 Uhr sind sie also schon runter und wir haben 56.000, 68.000 und jetzt fahren wir die Vorderung an den Pfeil und versuchen sie demnächst rechts abbiegen, indem wir die Ohren zurecht zu finden. Dann müssen wir jetzt herbiegen, okay, dann machen wir das. Was habe ich jetzt nicht gesehen? Das habe ich nicht gesehen. Der war irgendwo gesehen. Biege nach rechts ab. Der war in einem Bürgersteig. Jetzt sind wir endlich in Schweden. Hurra hurra. Und 58 Kilometer noch bis zum Ziel. Der Schöpfer auch noch. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich habe jetzt das Gebiet, okay. Ich sehe, ich bin zu schnell. Hauptsache ich bin nicht mehr da in diesem Kudor von da. Immer geradeaus. Also, sind wir im Stadtgebiet oder nicht? Jetzt sehe ich mal. 70 Kilometer. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier bin ich wohl aber 70. Ich habe es nicht mehr auf sich. Und ziehen. Ja, weil es spät. Weil es spät, ja. Es ist mehr so egal. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich nehme alle, dass meine Gäste. Schöp, schöp, schöp. Schöp, schöp, schöp. Schöp, ich will nicht selber bei. Dann schüttere ich Freunde. Dann schüttere ich Freunde. Dann schüttere ich so rein. Ich darf mal rein kommen, ne? Wie sieht es jetzt hier aus, wenn ich immer durchsucht habe, bei OK. Habe ich das Schild einmal mitgenommen. Das wäre nicht in Ordnung. Ich wusste nicht, ob er dadurch entzogen muss. Aber trotzdem hat das nicht geholfen. nicht in Ordnung. Dann haben wir den Verkehrsschef mitgenommen. rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen die ausfahrt rechts ich bin schön zu mir nur von der landwirtschaftsarbeit achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung jetzt legt man eine andere Schallplatte auf was haben wir jetzt hier nimm die ausfahrt rechts ok Mama wo ist denn so wie ein paar mal mit kommen weil die ausfahrt rechts war ja nun denn und ich war jetzt hier ja demnächst links abbiegen biege nach links ab und ich bin gebogen und ich komme hier und ich bin gebogen und ich komme hier biege nach rechts ab und jetzt ah das ist immer schön aber endlich das war eine schöne Fahrt naja ich weiß nicht mehr ja ging jeweils nicht schön an tut dann nicht schön auf also baut fahren ja gut haben sich nicht bestäunend es fehlen noch 30 Taunend bis für den einen LKW ok dann weiß ich immer tschüss dann